Und auch sie hat auf der... Und das sieht bisher gut aus, was sie da spielt. Gegen Vijay, die doch so sicher in der Abwehr agiert. 7 zu 3, Viertel zu Niederländerin. Und Natalia Patika hat durchaus die Möglichkeiten, hier Nr. 5 Europas Ligier besiegen zu können. Ligier auf dem Vormarsch, wenn man so will. Das Notizbuch nochmal zum Tragen kommt. Verkürzt und hat jetzt eigenen Aufschlag. Da kann man schnell verkrampfen. Nicht getraut, aggressiv zu agieren, so wie hier mit der Rückhand. Und der Lohn, der Sieg für sie. 3 zu 1. Insgesamt steht es jetzt 1 zu 1. Untertitelung des ZDF.